Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir in den Thomas von PlayerGaddon. Wie man auch sieht, 6 Spiele, 6 Siege und 3 Punkte fehlen uns noch zur Meisterschaft und da habe ich mir gedacht, machen wir wieder ein Ligaspiel. In den nächsten Folgen habe ich mal wieder vor, mein Barclay Team, ja mal wieder zum Leben zu erwecken und ein bisschen mit denen zu spielen und wir werden rasch den Gudogan einwechseln. Obermeyang tun wir auch rein, okay, Obermeyang kann wieder spielen, da die Fitness von Lewandowski unter 90 ist und ich es nicht mag, wenn die Fitness unter 90 ist und dann klappt nichts und dann geht die Welt unter. Ja, genau, äh, Shaqiri kann raus, verpfannen spielt, Zieler kann rein, oder? Ja, Zieler kann rein. Damit wäre die Fitness von allen über 90, joa, naja, eine Bronne 90, aber das kann man durchgehen lassen. Ja, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir die Meisterschaft im Sack und wir können uns auch direkt Philipp Lahm gönnen. Ja, ich nehme lieber einen Spaß, egal, dazu sage ich besser nichts, dazu sage ich besser nichts. Ich sollte mal das Mikrofon ein bisschen weiter zu, äh, vorstellen, das nervt ja ganz schön. Ach, schon besser, schon besser. Ihr werdet wahrscheinlich keinen Unterschied merken, ich habe einen gewaltigen, denn dann knutscht mich mein Mikrofon. Und das ist ja auch nicht so, Knorkel, ja, sagen wir mal, mal Knorkel. Okay, ich kenne aus dem Team Nasri, das war es auch schon. Ja, ich bin nicht so der Obernerd, wenn es so ein Französische, ist das Französisch, äh, die Franzosenliga? Ich habe keine Ahnung. Also, aufgestiegen sind wir alle Mal in die zweite Liga, das ist schon sehr nice, aber wenn wir die Meisterschaft holen können, dann will ich die natürlich auch nach Hause holen. Und das wäre in drei Spielen, drei Punkte, ist eigentlich machbar, ne? Aber wir haben uns schon schön durchgespielt, aber beim Abschluss hat es leider nicht gereicht. Okay, er sweatet hier ein bisschen, genau wie ich. Ah, Piszczek, schön geklärt, schön geklärt. Und, äh, es ist jetzt wieder das neue Team der Woche raus. Wir hätten uns das eigentlich am Anfang der Folge angucken können, aber egal. Drinnen ist Alaba. Also, von denen, die ich jetzt persönlich haben möchte, aber Alaba ist, glaube ich, in so einer preislichen Zone, wo ich es mir wirklich nie leisten kann, es sei denn, ich kaufe mir Coins. Im Übrigen, man kann trotzdem noch Coins kaufen, denn die Spielerverträge, die haben nicht so eine Preisspanne und die kann man dann auf den Transfermarkt stellen und dafür kann man sich jetzt die Coins kaufen. Aber, wegen der ganzen Preisspanne von FIFA, sind die Coinspreise mächtig gestiegen, ich sag's euch, mächtig. Also, 100.004 Euro, da hat man früher mehr bekommen, auf jeden Fall. Also, man hat damals schon 2,5 Millionen für 70 Euro bekommen. Bei welchen Anbietern, sage ich jetzt nicht, weil YouTube sich dann wieder beschweren wird über Werbung. Äh, äh. Ja klar, man kann mal auf YouTube Werbung machen, aber dafür muss man ja bezahlt werden. Und wenn man nicht bezahlt wird, mag das YouTube nicht so gerne und sperrt gerne Videos. Also, ja, also, bei der einen Seite, wo ich immer Coins kaufe, beziehungsweise einmal Coins gekauft habe, aber das hat mir dann gereicht. Äh, knapp drüber, okay. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber was, das habe ich jetzt vergessen. Egal. Wenn es wirklich gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht vergessen. So. Jetzt werden wir mir ein bisschen durchpacen mit Reus. Er wird... Ja, komm! Ne, das... Der Verteidiger hat sich da wie eine Mauer aufgestellt. Einfach mal reinflanken. Vielleicht habe ich mal... Aha. Boah. Geiler Kopfball von De Bruyne, ne? War sehr gefährlich und mit einem hohen Tempo. Aber in der letzten Folge das Eigentor, das war so mega geil, ey. Ich habe mir das, boah, keine Ahnung, zehnmal angeguckt. Da, schöner Fernschuss von De Bruyne, leider ohne Erfolg. Da war richtig Zug drin in dem Schuss. Jetzt vielleicht über die Ecke, etwas. So, äh, noch eine Anfrage. Falls ihr mal gegen mich spielen wollt, könnt ihr es mir unten ruhig in die Kommentare schreiben, denn ich spiele ja öfters gerne mal gegen Abonnenten. Ist mal eine Abwechslung, aber mir ist aufgefallen, ich bin da echt nervös. Ich will mich nicht blamieren. In der letzten Folge habe ich mich wirklich saumäßig blamiert und es tut mir wirklich leid, wenn mir da irgendwelche Wörter rausgefallen sind, aber es ist FIFA. Man kann sich da schwer zurückhalten. Oh, du. Ah, okay. Gündogan hat geklärt mit dem Körper. Rodriguez. Ah. Ah. Okay, daneben. Also, wir wollen hier auf jeden Fall die Meisterschaft rausholen, damit wir uns gleich noch in der Folge lahmgönnen können. In der nächsten Folge werde ich euch auch nochmal das erste Spiel der zweiten Liga zeigen und auf Nachfrage auch die nächsten Spiele. Wir können ja auch mal zusammen eine gemeinsame, eine Liga machen. Vielleicht in einem Stream. Also, FIFA kann nicht streamen. Woran, ich weiß nicht, woran das liegt. Bei Clash of Clans gibt es immer Probleme zu streamen. Ja, Karamba. Ja, fuck. Alter. Alter, Boateng hat den wirklich umgehauen. Junge, mehr Glück als Verstand, würde ich mal sagen, aber in der Ecke. Per Ecke kriege ich meistens einen rein. Okay, Rodriguez hat schön geklärt. Ich hätte mit Gündogan durchlaufen können. Ich hätte mit Gündogan durchlaufen können und wir haben uns den Ball erarbeitet. Können wir einen kleinen Konter rausholen. Ja, wir sind noch im Ballbesitz. Jetzt mit De Bruyne. Ah, da steht schon wieder die Verteidigung. Scheiße, ich hätte früher abziehen müssen. Okay, ich wollte schon De Bruyne sagen. Aubameyang hat versucht, einen Flugkopfball zu machen. Leider ohne Erfolg. Dreieckspass, ich wusste es. Aber ohne Gefahr für uns, ohne Gefahr. Hatten wir eigentlich schon eine richtige Torchance? Ich glaube nicht, ne? Ja, doch, die kleine von vorhin. Ich glaube es nicht. Aubameyang hat 96 Pace und lässt sich einholen, ey. FIFA-Logik. Das ist FIFA-Logik. Auf Instagram gibt es auch eine lustige Seite. Die heißt, glaube ich, 4-3-3-FIFA. Da werden immer geile FIFA-Fails gepostet, ey. Ich lache mir immer wieder einen ab. Aber ist es denn so schwer, ein Spiel richtig zu programmieren? Ich kann es mir nicht vorstellen. Okay, da standen sehr viele in der Mitte. Reus, 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 Reus. Aha. Leider wurde der Rost nichts. Jetzt aber, jetzt aber. Go. Eventuell werde ich hier nach auch direkt das erste Spiel der zweiten Liga, wenn wir aufgestiegen sein sollten. Let's playen, aber nein. Leider nicht. Wir sind aber am Drücker. Wir sind am Drücker. Ich merke auch, dass demnächst, also beziehungsweise in nächster Zeit, das erste Tor in diesem Spiel fallen wird. Was hat der denn hier für Probleme? Meine Fresse. Bahn, Junge. Oh, oh. Alter. Ich habe immer Angst, wenn so viele im Strafraum sind, dass einer von den Gegnern umfällt und dann Elber rauskommt. Das passiert mir wirklich so oft. Jetzt aber. Go. Ich hätte ihn vielleicht noch annehmen sollen und nicht aus der Luft schießen sollen. Aber. Hätte, hätte, Fahrradkette, würde ich mal sagen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ach ja, heute ist schon wieder Freitag. Ihr seht das Video am Samstag. Mein Praktikum ist schon bald zu Ende. Nächste Woche schon die letzte Woche. Also ich werde ehrlich gesagt das Praktikum vermissen. Ich finde es mega geil in der Sparkasse. Ich weiß, die ersten Tage waren echt langweilig. Aber. Das lag auch daran, dass ich noch nicht so viel machen durfte. Aber jetzt darf ich schon sehr viel machen und es macht einfach nur riesig Spaß. Egal. Irgendwann werde ich dann eine Ausbildung starten und dann habe ich es ja täglich. Was war das denn jetzt? Freistoß? Wirklich? Okay. Ich glaube, ich muss mir sogar demnächst mal wieder Coins... Ah, verdammt. Wenn man mit Kreis Pressing machen will und dann... Wir hätten einen schönen Konter rausholen können, aber egal. Jetzt wird der Schiedsrichter zur Halbzeit abpfeifen. Ja. 0-0 zur Halbzeit. Das ist schon mal ein spannendes Finale der Saison. Auch wenn es kein richtiges Finale ist. Aber wenn wir das Spiel gewinnen sollten. Wie gesagt, sind wir in der zweiten Liga. Mit der Meisterschaft sogar. Mit der Meisterschaft. Schüsse aufs Tor. 6-6. Nicht Schüsse, 6-6. Schüsse aufs Tor. 2-3. 45% zu 55. Ballbesitz. Zweikäpfe 2-2. Falls 1-2. Verletzung 0-2. What? Wir haben eine Verletzung. Wer ist denn verletzt? Alter. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wer ist denn verletzt? Gucken wir uns mal an. Hä? Ja, ist mir auch egal. Anscheinend war das irgendwie ein Bug oder so. Ist ja nichts Besonderes mehr bei FIFA. Und seit FIFA in dem Patch mit dem Preisspann eingeführt hat. Ah, seitdem spielt beinahe keiner mehr FIFA. Ich glaube, EA hat sich da mit dem Preisspann wirklich einiges versaut. Und egal, selber Schuld würde ich mal sagen. Selber Schuld. Aber, ja, einige Preise sind gesunken und einige sind sogar noch gestiegen. Ja, aber egal. Ein Dreieckspass und wir sind durch, wir sind durch, wir sind durch. Lässt dann Torhüte rauslaufen. Nein. Oh Mann. Wir konnten leider nicht draufschießen, weil ich zu lange gewartet habe. Egal, solange wir nicht verlieren, ist doch alles gut. Da lag Obe Miang im Strafraum. Leider ist der Schiedsrichter hier nicht zu überlisten. Denn er macht hier nie Fehlentscheidungen, leider. Kommt er an, kommt er an? Nein, leider nicht. Aber Reus hat ihn wieder und er konnte leider nicht passen. Aber De Bruyne hat ihn. Und der Pass kommt leider nicht zu Reus an. Und Obe Miang hat den Ball noch beinahe abgefangen. Aber ich will hier keine... Das war ein Foul auf jeden Fall. Okay. Fehlpass. Und wir schicken Obe Miang. Das ist doch geil, wenn man so einen Stürmer mit 96 Pace hat auf jeden Fall. Schuss. Tor. Wurde doch Zeit, dass Reus jetzt ein Tor schießt. Naja, ist mir eigentlich egal, wer das Tor schießt. Hauptsache jemand schießt ein Tor. Sodass wir führen und die Meisterschaft holen. Bam, Junge. Wurde doch Zeit, wurde doch Zeit. Road to Liga 2. Wir haben die Road to Liga 2 geschafft. Dann heißt es wohl Road to Liga 1. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass wir mal wirklich so weit kommen. Also damals hatte ich ja schon Probleme in der 6. Liga. Und jetzt ist es einfach nur mega geil. Der Post-Poas kommt hier leider nicht an. Doch. Mit mehr Glück als Verstand. Aber er ist angekommen. Er ist angekommen. Ich wollte reingrätschen. Hat leider nicht geklappt. Hi Karamba. Ich denke gerade immer meine Fehler noch. Mann. Ey, das ist jedes Mal so in FIFA. Aber wenn ich mal führe, dann kommt der Gegner und tritt mir in die Fresse. Scheiße. Oh, Scheiße, ey. Wenn der jetzt noch einen reinbekommt, dann fresse ich einen Besen. Mit Videobeweis. Nein. Für 600 Likes spreche ich einen Besen, Mama. Ne. Ich bin die Zwiebel, sie spielen sich den Ball so wie im Training. Ah, Mann. Kann noch nicht sein. Oh, Ball abgefangen. Boom. 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 Leider knapp daneben. Aber knapp daneben ist auch vorbei. Leider, leider, leider. Ich höre 600 Likes, du hast dich im Besen. Oh, Mann, ey. Ich hasse das so sehr. Ich meine, diese Like-Geburten auf Facebook. Ja, ich rede jetzt ein bisschen andere Themen, die nichts mit FIFA zu tun haben. Aber es ist ja auch mal Smalltalk zwischendurch. Ein Glück habe ich meinen Eltern erzählt, was YouTube ist und was Let's Play sind. Sonst denken die auch langsam, ich bin so bescheuert und führe so laut Selbstgespräche. Ah, Mann. Wieso kommt der Ball ja nicht an? Das ist doch... Oh, ja. Weißt du, der hat wieder Glück. Der hat Glück und ich habe Unglück. 22 Minuten noch. Wir müssen dieses... Scheischka. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Ich weiß, wir können das schaffen. Challah, hey, Challah. Mann. Ey, es geht doch gar nichts mehr rund jetzt in der Schlussphase. Alter, 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 alter. Mal gucken, was er macht. Er wird reinflanken wie eine Pussy. Wieso? Da schauen wir noch mal genau hin und schlägt... Oh, warum? Alter, das ist mir jetzt scheißegal. Ich mache jetzt totaler Angriff. Alter. Leider konnten wir nicht... Oh, Junge. Mann, ich war am Anfang der Folge so gut gelaunt und jetzt... Verfahren hat sich in den Ball erarbeitet. Ja. Das gibt es doch gar nicht. Ich dachte, das wäre Abseits. Mann. Oh, Mann. Da weißt du, der Schiri hebt die Fahne für nichts. Alter, wenn ich so eine Kacke schon sehe. Ich hätte auch nicht gezögert mit De Bruyne. Ich hätte direkt drauf geschossen. Ich habe mir sowieso keinen Sinn, drauf zu schießen. Boateng ist durch. Boateng ist durch. Mann, Boateng. Was machst du denn da? Ja, leider. Oh, Jemini. Oh, das wird der Trainer gerne sehen. Oh, ach, Karin. Das gibt es doch gar nicht. Was ist das denn für ein beschissener Stürmer? Mann. Was das Aufnahmeglück ist, ist auch weg. Ach. Mann. Egal, wir werden jetzt... Ach. Ist doch klar, dass es bei uns nicht klappt, ne? Und wir auch gar kein Foul oder so, ne? Boah, wenn ich so eine Scheiße schon sehe. Bericht durch die Rechnung gemacht. Boateng. Verfahren. Was macht denn Boateng andauernd da vorne, Mann? Der kann das nicht. Der guckt dir die Schüsse an. Weißt du, ein Lewandowski hat den reingemacht. Der hat den oben in den Winkel reingepackt. Aber nein. Weißt du, ich glaube, so ein Hummels würde sogar einen besseren Job machen. Okay, 3-2. Eventuell ist hier noch ein 3-3 drin, aber ein 4-3 ist sehr unwahrscheinlich. Ne Bräune lässt sich hier feiern, obwohl wir noch nicht mal das Unentschieden geschafft haben. Okay. Ich weiß, wir können es schaffen. Challah. Hey, Challah. Ich hasse FIFA. Ich hasse es so sehr. Weißt du, wenn man sowas reinlässt. Wenn man sowas reinlässt. Boah. Ja, super, der Bräune. Wirklich. Mann. Ja, Abseits. Ja, komm. Abseits. Ja, natürlich. Ich bin der Gegner. Für mich alles Abseits. Ja, ich bin oben im Gang. Ich laufe voll in den Verteidiger rein, weil ich bin am Kopf. Ich bin, Alter, wenn ich so eine Scheiße schon sehe. Alter. Ist mir jetzt egal, ob ich verliere. Echt. Vielleicht können wir uns so oder so einen Lahm gönnen. Alter, ich wollte auf... ...Kreuz passen, aber nein. De Bräune. Yeah. Super Kopfball. Weil der totale am Tor vorbei geht. Yeah. Yeah. Alter. Ich stelle nie wieder auf totaler Angriff. Los, das Diggen. Kriegst du ihn. Du Tier, der vier Tore reingelassen hat. Ja, der. Der Tier. Der Tier. Alter, Mann. Ich sah so gut aus am Anfang. Aber nein. So, liebe Zuschauer. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich würde, wir schaffen noch nicht mal die Meisterschaft. Jetzt so, wo wir so nah an der Meisterschaft sind. Alter, ey. Ich könnte kotzen. Egal, wir gucken noch mal ganz kurz, wie viel Lahm kostet. Ja, wir hätten den Sieg mehr verdient gehabt. Wirklich. Aber leider haben wir unsere Chancen nicht reingemacht. Alter, die erste Niederlage jetzt in dieser Saison. Egal. Man kann nicht nur gewinnen. Man muss auch irgendwann verlieren. Ah, ich weiß nicht, ob Lahm so günstig ist. Das ist ja die Frage. Ich weiß noch nicht, ob es sich lohnt. Alter. Wieso ist es auf einmal so günstig geworden? Wir bieten einfach mal mit. Vielleicht bekommen wir ihn ja. Alter, der ist ja wieder gesunken, ne? Vor ein paar Tagen war er aber 17.000. Egal. Ist gut für mich, ist gut für mich. Dribbling 83. Pace 76. Joa, ist in Ordnung. Pass 74. Defensive 7. Ach, scheiße. Ich habe jetzt den zentralen Defensive. Ja, egal. Ich habe ja so Positionswechselkarten. Eventuell klappt das ja. Ach. Hä? Oh. Wo ist denn mein Gebot? Huhu. Ich will einmal Höhe Speed, ne? Oh. Haben Lahm bekommen. Den werden wir auch direkt in die Mannschaft tun. In den Verein. Yeah, Spitze. Du hast einen seltenen Goldspieler auf dem Transfermarkt gekauft. Dafür kriegst du XP, Thomas. Thanks, FIFA. Ähm. Ja, wen packen wir dafür raus? Götze. Gefällt mir überhaupt nicht. Aus der Mannschaft entfernen. Meinen Verein durchsuchen. Ähm. Hier. So. Verbrauchsobjekt anwenden. Stellungsspielkarte, würde ich mal sagen. Oh, ne. Müssen wir uns noch eine kaufen? Ja, wir haben zentrales Mittelfeld zu. Ach, egal. Dann kaufen wir uns eine in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, das war es dann für die heutige FIFA-Fürze-Folge. Wenn euch diese Folge trotz der Verlage, Verlage, Niederlage gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt oder gegen mich spielen wollt, lasst doch ruhig ein Abo da und schreibt mir unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.